Ich bin fast zum überlegen, ob wir schon wieder Geld grinden müssen für Elixiere. Ob das vorher einen Sinn hat. Ah, diesmal bin ich nicht drauf reingefallen. Hey. Ja, Armband, aber das bringt ja nichts, wenn ich sterbe, weil mir die Heil-Items fehlen. Oh, hier war noch irgendwas auf Spanisch drin. Ja, dann musst du übersetzen. Chat. Dann mach einen No-Damage-Run. Ja, du siehst das. Mach du den doch mal. Bitte nicht. Ja, ich bin auf dem richtigen. Sehr gut. Wait. What? Oh Gott, nein. Okay, das war einfacher als genau. Was ist passiert? 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 Vielen Dank.